Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zum Online-Vortrag von Dr. Hauke Dörk zum Thema gefährlicher Atommüll aus Forschungseinrichtungen. Ich bin Antonia Messerschmidt und darf das Ganze heute moderieren. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, können Sie die im Chat an mich stellen und dann wird es nach dem Vortrag noch die Möglichkeit geben für weitere Fragen und auch Diskussionen. Willkommen zur Online-Veranstaltung des Atommüll-Reports über Haukeleien und Kernkompetenzen. Ich lege gleich los. In der Nuklearforschung, das ist sich ja vielen von Ihnen bewusst, gibt es viele Anwendungen, die sehr divers sind in Medizin, Technik, die vielleicht auch positiv besetzt sind, aber auch Militär, das vielleicht nicht von allen so positiv gesehen wird. Und es ist halt zu beobachten, dass das Narrativ, Forschung ist immer super, leider oft missbraucht wird, um über Probleme hinwegzutäuschen oder um die zu rechtfertigen. Und dieser Vortrag jetzt ist ein Beitrag zum Diskurs um die Entsorgung und den Umgang mit luklearen Spaltstoffen in der Forschung. Und es geht dann auch eben darum, dass eben verantwortungsvoller Umgang damit auch notwendig ist. Wo überall befindet sich sogenannte brisante Atommüll in Deutschland. Da haben wir Forschungsreaktoren, auch Versuchsreaktoren, die jetzt nicht explizit der Forschung zugerechnet sind, sondern eher kommerziell betrieben sind, und Kernforschungszentren. Und ich werde aus den drei Bereichen jeweils ein Schlaglicht rausnehmen und da genauer drauf schauen. Das ist einmal der Forschungsreaktor FM2 in Garching, der AVR in Jülich und das Joint Research Center, früher Institut für Transurane in Karlsruhe. Und um meine Übersicht zu geben, im Kernforschungszentrum in Deutschland gibt es da eine ganze Reihe. Überall ist natürlich auch Atommüll angefangen, angefallen. Und ich gehe da einfach mal durch, aber im Detail, wie gesagt, auf dieses Schlaglicht daran. Also im Forschungszentrum Karlsruhe, der früher KAK, sind einige Reaktoren in Betrieb gewesen, darunter auch ein schneller Brüter und auch eine Wiederaufarbeitungsanlage. Sie sehen, der Atommüll ist auch an einigen Stellen zu finden, einmal vor Ort, vor Ort noch in den Zwischenlagern oder auch teils in die Asse gegangen. Das Forschungszentrum Karlsruhe stellt einen sehr großen Anteil des Atommülls, der in die Asse eingelagert wurde. Teils, es ging auch ins Ausland in die Wiederaufarbeitung, hier Seller Field, BurnRay ist hier aufgeführt. Genauso, wo die Sammeln hingegangen ist. In Betrieb ist jetzt gerade eben das Joint Research Center noch und dort ist Atommüll vor Ort. In Jülich im Forschungszentrum auch einige Reaktoren in Betrieb gewesen, die teilweise zurückgebaut sind oder in sich im Rückbau befinden. Später kommen wir auf den AVR, einen Hochtemperaturreaktor, noch zu sprechen. Der Atommüll lagert auch vor Ort, ist teilweise im Bergwerk in Asse oder in Morsleben. In Gestacht im Forschungszentrum zwei Reaktoren und das Otto-Hahn-Schiff wird auch Gestacht zugeordnet. Der Atommüll ging auch entweder ins Ausland oder lagert in der Asse in Morsleben oder in Zwischenlager vor Ort. Das Forschungszentrum Rossendorf, da ist auch Atommüll nach Russland zurückgeführt worden oder eben in den Werkwerken, im Werkwerk Morsleben, aber ein Großteil der Kastoren ist nach Aarhaus gegangen, ins Zwischenlager in Niedersachsen, weil der Export nach Russland dann doch aus Sicherheitsbedenken nicht genehmigt wurde. Dann gibt es noch eine ganze Reihe Forschungsreaktoren, die nicht an Forschungszentren zugeordnet sind. Genau zum Beispiel in Berlin halt zwei Forschungsreaktoren, der Müll auch an diversen Orten. In Garching zwei Reaktoren, der eine schon zurückgebaut, wo halt der Atommüll, also die Brennelemente von diesem Reaktor, die sind in die USA zurückgeführt worden. Dort, wo eben auch dieser Brennstoff herkam. Das ist beim zweiten Reaktor FM2 nicht der Fall. Dort soll der Atommüll, also diese Brennelemente, die abgebrannten, nach Aarhaus gehen, später mehr dazu. Dann gibt es dann noch eine ganze Reihe anderer Städte, die auch Forschungsreaktoren hatten oder haben. Und genau, also Braunschweig, Hannover, Frankfurt, Neuerherberg, Heidelberg, Mainz-Karlstein. Wenn das noch genauer interessiert, das Fachportal Atommüllreport.de stellt diese ganzen Informationen zusammen und da können Sie dann nachschauen im Detail. Und heute geht es eben um diese drei eben genannten Schlaglichter. Was sind denn die speziellen Gefahren überhaupt bei Forschungseinrichtungen? Der Punkt ist, hauptsächlich gehe ich heute darauf ein, dass dort Spaltstoffe für Atomwaffen verwendet werden. Also das geht zum einen um Plutonium und zum anderen um hoch angereichertes Uran, Uran-235 oder 233. Und weil eben diese Spaltstoffe für Atomwaffen dort zu finden sind, sind dann besondere Anforderungen an die Sicherung, also den Terrorschutz, aber auch an die Konditionierung im Atombülllager dann zu treffen. Und diese Konditionierung, das ist halt deswegen, weil bei diesen hoch angereicherten Stoffen ist die Spaltstoffdichte dann vielleicht so hoch, dass das wieder zu einer neuen atomaren Kettenreaktion kommen kann im Atombülllager. Das muss natürlich auf jeden Fall vermieden werden. Dafür sind diese Lager sowohl Zwischenlager als auch Langzeitlager und Werkwerke nicht ausgerichtet. Und das ist einfach eine besondere Anforderung dann in die Sicherheit. Und noch dazu sind halt Uran- und Plutoniumgiftige Schwermetalle. Das kommt zur Radioaktivität noch dazu. Genau, also links als Bildveranschaulichung sind halt Atombomben zu sehen. Links die Hiroshima-Bombe, Little Boy, die hat einen Uran-Sprengsatz. Und oben ist die Explosion der Nagasaki-Bombe, die hat einen Plutonium-Sprengsatz. Also beide Stoffe können für Atomwaffen verwenden werden. Ein bisschen Hintergrund zu Plutonium. Das ist ein Stoff, der natürlich kaum vorkommt, aber in Reaktoren entsteht, mit Neutronenbestrahlung von Uran. Und je nach Reaktor kann ein Atomkraftwerk so um die 300 Kilo pro Jahr produzieren. Die sind dann in den abgebrannten Brennstäben halt drin. Da ist das Uran drin. In der sogenannten Wiederaufarbeitung kann das Plutonium und auch Uran wieder abgetrennt werden und ist dann separat vorhanden. In der Plutonium ist es so circa 530 Tonnen Plutonium. Die liegen abgetrennt vor und davon 310 im zivilen Bereich. Das ist auf dem officialmaterials.org wird das zusammengestellt immer aktuell. Und so ungefähr 6 Kilo Plutonium reichen für eine Bombe aber schon. Also es ist ein massives Potenzial für Bomben schon vorhanden. Dabei wird das Isotop 239 präferiert. Andere Isotope gibt es auch. Die sind dann auch Plutonium, aber haben eine andere Masse. Und die sind im Prinzip auch geeignet, aber halt schwerer zu händeln. Nun ist halt die Frage, wie werden wir das ganze Plutonium wieder los? Ja, also es gibt halt Wege zur Abrüstung. Zum einen wird diskutiert, das Verbrennen in Reaktoren. Wenn man das Plutonium halt in Reaktoren tut, dann kann es dort gespalten werden. Das erfordert aber immer wieder Wiederaufarbeitung, also immer wieder Zugang zu frischem Plutonium und ist niemals vollständig. Und die Alternative ist das Ende der Plutoniumwirtschaft. Also möglichst das Plutonium, was da ist, zu vermischen mit Atommüll, der auch schon da ist und dann eine möglichst sichere Lagerung. Beides nicht optimal, aber diese beiden Sachen kann man sich halt entscheiden. Bei Uran ist es so, in der Natur kommt Uran vor in natürlichem Zustand. Da ist das spaltbare Isotop 235 nur zu 0,7 Prozent vorhanden. Der Rest ist Uran 238 zum großen Teil, das halt nicht für Atombomben geeignet ist. Dann für Reaktoren muss Uran 235 angereichert werden. Das passiert in Zentrifugen heutzutage hauptsächlich. Für Atomkraftwerke so um die drei bis fünf Prozent, Uran 235. Und dann, je höher das angereichert ist, desto weniger, das sehen Sie in der Grafik, desto weniger Material ist dann nötig, um eine nukleare Kettenreaktion zu erzeugen. Also aufgetragen ist da die sogenannte kritische Masse gegen den Anreicherungsgrad. Ab 20 Prozent Uran 235 spricht man von hoch angereichertem Uran. Das ist so die definierte Grenze. Atomwaffen werden so ab 85 Prozent, 90 Prozent hoch angereichertes Uran verwendet. In den Forschungsreaktoren ist zunächst über 90 Prozent hoch angereichertes Uran verwendet worden. Ja, einfach aus praktischen wissenschaftlichen Gründen. Und ja, in dem Beispiel FM2 in der TU München, es wird so um die 93 Prozent Anreicherungen verwendet. Bei hoch angereichertem Uran ist es so, es gibt verschiedene Angaben, wie viel für eine Bombe ausreicht. Das hängt auch an der Technik. Zum Beispiel 17 Kilo hoch angereichertes Uran wird genannt in der Literatur. Manche sagen auch 7 Kilo. Das kommt dann eben darauf an, wie gut man so eine Bombe bauen kann. Die einfacheren brauchen dann entsprechend mehr. So, was ist eigentlich das Problem mit dem hoch angereicherten Uran weltweit? Da gibt es einen interessanten Trend und zwar dieses Problem ist, die Anreicherung von Uran ist der technisch schwierigste Schritt auf dem Weg zu einer Bombe. Wenn einmal hoch angereichertes Uran vorliegt, dann ist der Rest, eine Bombe zu bauen, relativ leicht. Also ich sage relativ leicht, das kann dann immer noch nicht jeder, aber diese relativ einfache Bombenkonstruktion geht mit Plutonium nicht. Also das ist einfacher. Und deswegen wurden auch in vielen Bombenprogrammen der Uranfahrt gewählt. Ein einfacher Schutz vor Missbrauch wäre überhaupt gar kein hoch angereichertes Uran im Umlauf zu haben. Aber man sieht das in der Grafik über die Jahre nach 1940, speziell Mitte der 50er Jahre, ist der Anteil, also die Anzahl der Länder mit Reaktoren, die mit hoch angereicherten Uran arbeiten, deutlich hochgegangen. Das ist, weil halt sowohl USA als auch Sowjetunion massiv diese Technologie exportiert haben. Und dann hat man irgendwann gemerkt, huch, da wird ja das Potenzial für Atombomben auch in die Welt getragen. Und deswegen versucht man jetzt ein bisschen davon runterzukommen, wieder vor den hoch angereicherten Uran im Zivilenmarkt. Dafür müssen dann die Forschungsreaktoren, wie sagt man, provokativ abgerüstet werden. Das sind ja keine Waffen, die da in der Welt sind, sondern einfach nur Einrichtungen, die hoch angereichertes Uran verwenden. Immer, wenn es eben transportiert wird oder gelagert wird, dann besteht immer die Gefahr von Missbrauch. Um das zu verhindern, da wäre das dann halt der Weg, statt dem hoch angereicherten Uran, niedrig angereichertes Uran einzusetzen. Dafür wurde Ende der 70er Jahre ein Programm ins Leben gerufen, das RERTR-Programm, Reduced Enrichment Research and Test Reactors. Man hat halt Materialien gesucht, die eine höhere Uran-Dichte erlauben. Und das soll dann halt die Spaltstoffdichte so weit konstant halten, dass eine gute Forschung auch möglich ist mit nicht-waffenfähigen Anstoff. Das Ziel von Forschungsreaktoren ist halt häufig ein Neutronen zu produzieren. Der Neutronenfluss ist da die entscheidende Kenngröße, also die hohen Zahl pro Fläche. Da gibt es einen Sonderfall in der Welt, das ist der Garchinger Reaktor, der hat nämlich dieses Programm der Suche nach Brennstoffen mit hoher Uran-Dichte und es braucht, um die hohe Uran-Dichte mit hoher Anreicherung zu kombinieren und führt diese ganze Bemühung der Abrüstung nicht ad absurdum. Genau. An dieser Stelle würde ich ganz gerne Verständnisfragen zulassen zu dem, was bisher gesagt wurde, und dann halt in die Details gehen zu den drei Schlaglichtern. Gibt es da schon welche? Bisher habe ich noch keine Fragen hier reingekriegt. Nur eine ist es keine Verständnisfrage, sondern nur die Frage, ob es die Folien später auch als Datei gibt. Ja, die gibt es als Datei. Genau. Und der Franz Waldmann meldet sich. Ich werde Sie jetzt entmuten. Das heißt, jetzt sollten Sie sich selbst nicht mehr stumm schalten können und können Ihre Frage stellen. Genau. Jo, ich hoffe, man hört mich. Hallo Hauke. Ich glaube, du kennst mich von der Atommelkonferenz aus Regensburg. Ja. Eine kurze Frage. Welche Besonderheit hat eigentlich Aarhaus als Lager, dass die da das gefährliche Zeug lagern dürfen? Also ist es letztendlich genauso oder haben die spezielle Sicherheitsvorkehrungen? Also auf Aarhaus komme ich gleich nochmal im Detail. Aarhaus hat insofern die Besonderheit, dass es da eine Genehmigung für diese Stoffe gibt. Aber ob die jetzt, das Lager an sich ist meines Wissens da nicht besonders. Ansonsten das Gebäude und so. Aber ja, also dazu Aarhaus kommen wir nochmal. Vielleicht können wir am Ende nochmal darauf zu sprechen kommen, wenn ich etwas nicht gesagt habe. Okay, danke. Genau. Ja, weitere Fragen sehe ich jetzt hier gerade gar nicht oder weitere Meldungen. Das heißt, wenn sich bisher noch keine Fragen ergeben haben, dann würden wir weitermachen. Wenn Sie während des Vortrags schon Fragen haben, können Sie die auch während des Vortrags schon an mich schicken. Also das muss nicht immer bis zur Fragestunde warten. Genau. Aber dann übergebe ich wieder an dich. Ja, vielen Dank. Okay, dann kommen wir zu den Details zum Garchingereaktor und gerne Fragen sammeln. Später haben wir noch genug Zeit. Also wie schon erwähnt, atomwaffenfähiges Material ist in die Welt gegangen durch das Atomstropies-Programm. Forschungsreaktoren exportiert. Aber in den Ende der 70er Jahre eben nach einer UN-Konferenz ja so ein Konsens gefunden worden, darauf zu verzichten und niedrigangereichertes Uran einzusetzen in Zukunft. Einige Reaktoren sind auch schon umgestellt worden, andere abgeschaltet. Genau. Und diese Idee, hohe Urananreicherung mit hoher Dichter zu kombinieren, in Garching sehr speziell, ist halt bisher der einzige Reaktor, der so in Betrieb gegangen ist. Und ja, das hat vielleicht wissenschaftliche Vorteile. Man kann ein sehr viel kleineres Brennelement bauen. Das ist nett, aber es führt halt leider diese Abrüstungsbemühungen ab Absurdum. Und es hat dann auch eine zweite Konsequenz. Zuvor ist halt der Brennstoff immer in das Land, das halt das hoch angereicherte Uran erzeugt hat, zurückgegangen. In Deutschland ist das nicht möglich, hoch angereichertes Uran, also um diese Anreicherungen zu produzieren. Es gibt da keine Erlaubnis dafür. Und da jetzt aber durch diesen Missbrauch der Abrüstungsbemühungen die USA halt weder speziell Brennstoff geliefert haben, noch halt den zurücknehmen, ist jetzt halt auch die verantwortliche Entsorgung in Deutschland ein Thema, was halt mit dem Betrieb dieses Reaktors einhergeht. Also rechts zu sehen, so ein Kompaktkern, da sind die Brennstoffplatten in gebogener Form, also kreisförmig um den Zentralkanal angeordnet. Und ja, wenn der Reaktor in Betrieb ist, dann sollen Neutronen produziert werden, die für ganz diverse Forschungsvorhaben verwendet werden. Ja, also es gab auch jahrzehntelangen Streit um den FN2. Da ist das Umweltinstitut, ja, stark beteiligt gewesen, kann man sagen. Es ging bis ins Außenministerium vor Betrieb, hier bei der Unterschriftenübergabe an den Boschka Fischer. Wer diese ganze Geschichte nachlesen möchte, wird allen Wendungen, dem sei das Atomare Kukusei von Armin Simon empfohlen. Das ist ein Buch, der Armin Simon schreibt schon relativ lebendig so, aber trotzdem sind die ganzen Fakten da drin ja korrekt. Die Geschichte in dem Buch geht bis 2005, in dem Reaktor geht sie noch weiter. Aktuell läuft halt eine Klage des BUND gegen den unrechtmäßigen Betrieb des Reaktors, weil halt immer noch hoch angereichertes Uran eingesetzt wird, obwohl die Fristen zur Umrüstung schon verstrichen sind. Ja, zum, aber hier ist ja der Fokus auf dem Atommüll. Rund 350 Kilo hoch angereichertes Uran lagert halt dort vor Ort in Garching in Form von abgebrannten Brennelementen. Also nach dem Betrieb im Reaktor immer noch über 87 Prozent Urananreicherung im Urananteil. Und das heißt dann, per Definition ist der Missbrauch für Atomwaffen weiterhin möglich. Und naja, nun haben wir die Perspektive, dass eben so ein Atommüllbergwerk, also ein sogenanntes Endlager, also sehr lange nicht zur Verfügung steht. Das heißt, wir stehen vor langfristiger Zwischenlagerung. Und ja, da muss halt eben eigentlich zur Gefahr, zur Vorsorge gegen Proliferation, also Verbreitung von waffenfähigem Material und zur Vorsorge gegen diese Reaktorqualität im Atommülllager, dass das Uran abgereichert werden. Zum Beispiel durch Einschmelzen und Verdünnen mit Natururan oder mit abgereichertem Uran, könnte man sich vorstellen. Und dass halt die Abreicherung zumindest vor der Endlagerung nötig ist, das kommt aus diversen Gutachten raus und ist auch in der Stellungnahme der Reaktorsicherheitskommission vor Betriebnahme des Reaktors zu finden. Deswegen ist das auch in die Betriebsgenehmigung eingegangen, dass ein Auszug bis jährlich halt Planungen zur Entwicklung und Realisierung eines Verfahrens zur endlagergerechten Konditionierung darzulegen sind. Aber bisher ist halt von den Plänen zur Abreicherung zumindest mir nichts bekannt. Und das ist halt auch jahrzehntelang in der Kritik, dass dort die Pläne nicht gemacht werden. Ja, es wird dann halt gesagt, das Endlager ist ja noch gar nicht fertig. Man weiß die Bedingungen nicht und deswegen kann man es erst dann machen. Aber so ein Verfahren zur Abreicherung muss halt trotzdem jetzt schon entwickelt werden, weil das ist irgendwie abgereichert werden muss, der Müll und das ja auch in Deutschland entsorgt werden soll. Das ist ja alles schon bekannt. Da müsste man jetzt anfangen. Was halt stattdessen passiert ist, der Atommüll soll in das Zwischenlager in Aarhaus verschoben werden. Das ist im Moment der Entsorgungsvorsorge-Nachweis, dass Plätze in Aarhaus reserviert sind. Da ist die Zeit auch relativ dringend, weil schon fast alle der 50 Plätze im Absetzbecken in Garching schon belegt sind. Seit einigen Jahren sind halt schon die ersten Transporte angekündigt. Genau die Genehmigung für den Castor gibt es seit Januar 2019. Es fehlt halt noch die Genehmigung für Transporte und Lagerung und es gibt Widerstand in Aarhaus, weil man halt dort das Atommüllager für ungeeignet hält, um waffenfähigen Brennstoffe einzulagern. Ja, die Genehmigung von Aarhaus, von dem Zwischenlager dort läuft eh 2037 aus. Das klingt jetzt nach langer Zeit hin. Das ist weit in der Zukunft. Aber es ist halt absehbar, dass es dort dann noch kein Endlager gibt und geschweige denn die Einlagerung halt schon beginnen kann. Von daher also langfristige Zwischenlagerung in Aarhaus ist eigentlich keine sinnvolle Option. Jetzt gerade, also das Bild ist von 2007, jetzt gerade wird noch so eine Mauer drum gezogen als Sicherungsnachrüstung. Genau, und sollte halt kein Transport stattfinden können aus Garching nach Aarhaus, dann ist halt das Lager voll in Garching und dann muss eigentlich der Reaktor pausieren. Und seit April dieses Jahr ist aber ohnehin ein Betriebsstopp wegen Pannen und der Corona-Pandemie. Ich weiß nicht, wann der wieder anfangen wird oder ob der schon angefahren ist. Auf jeden Fall gab es eine lange Auszeit. Genau, hier nochmal ein Bild von Protest 2019 in Aarhaus. Umweltverbände und Initiativen fordern halt, den Atommüll in Garching zu entschärfen, also dort eine Einlage zu bauen, um das Uran abzureichern. Und die Transporte mit hoch angereichertem Uran ist dann gar nicht nötig. Und solange das halt geht, muss ein benötig gesichertes Lager in Garching gebaut werden. Ja, so eine Abreicherung hat halt verschiedene Vorteile. Zum einen ist der Müll dann nicht mehr so speziell. Also wenn der Atommüll nicht mehr hoch angereichert ist, dann ist es so ähnlich wie der Atommüll aus den Leistungsreaktoren, aus den Pumpkraftwerken, von denen wir ja sowieso schon sehr viel haben. Und die Menge macht es dann nicht so aus, es ist hier eher diese hohe Anreicherung, die speziellen Anforderungen, die dann halt wegfallen würden. Genau. Dann noch eben zum nächsten, also jetzt komme ich zum nächsten Punkt, kurz die Pause vielleicht gedanklich machen, zum AVR in Hülich. AVR heißt Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor. Da waren 15 Energieversorgungsunternehmen daran beteiligt. Das ist halt vom Konzept her was ganz anderes als ein Forschungsreaktor. Also hier geht es tatsächlich darum, Strom zu erzeugen und nicht Neutronen. Das Konzept ist so einmal ausprobiert worden in diesem Hochtemperaturreaktor mit Kugelbrennelementen, die halt hier schematisch dargestellt hat, oben in diesen Reaktorkammer reingehen und dann unten wieder rauskommen. Die Kugeln, die da reingefüllt werden, die bestehen aus Grafit, also Kohlenstoff und haben dann diesen Brennstoff, so circa ein Gramm Uran, halt da noch innen drin. Ja, der Reaktor AVR, der lief sogar kommerziell, hat eingespeist, allerdings nicht so riesig viel. Es gab diverse Defekte und Störfälle, die auch teils verheimlicht wurden und KritikerInnen sprechen sogar von Indizien für eine Havarie des Reaktors, weil halt auch die Kontamination im Reaktor so hoch ist, wie halt vergleichbar wie bei den Havarien. Durch diese hohe radioaktive Kontamination in den Störfällen gibt es halt auch massive Probleme beim Rückbau. Stichworte sind, dass die weltweit höchste Wetterkontamination in einem Reaktor dort halt zu finden ist und also das kommt halt von Strontium-90 hauptsächlich im Staub gebunden. Und außerdem liegt halt das langlebige Radioisotop C14 vor, also Kohlenstoff-14, ja, weil halt eben Grafit genutzt wurde in den Kugeln. Es sind etwa 300.000 von diesen Brennelemente-Kugeln als Akkommel angefallen. Die befinden sich derzeit in ca. 150 Castor-Behältern und enthalten noch so 75 Kilo Kernbrennstoff. Da ist halt auch in diesen Brennelemente-Kugeln hoch angereichertes Uran verwendet worden. Es ist auch im Betrieb Uran-233 entstanden aus Thorium, was auch an den Kugeln ist. Die Kugeln sind aber verschieden, also haben verschiedene Anteile an den hoch angereicherten Uran gehabt. Das macht es ein bisschen unübersichtlicher und auch eben wie lange die wirklich im Reaktor waren. Das ist verschieden. Das sieht man vielleicht auch, kann man sich vorstellen, wenn die Kugeln da durchfallen, dann sind die halt auch verschieden lange da drin. Weil nicht so eins rein, eins raus, das ist nicht so ganz klar. Genau, also was hat man aber schon festhalten kann, dass dieser Abbrand, also durch die lange Zeit in dem AVR noch relativ hoch ist, weswegen der Uran-Anreicherung dann schon relativ gering geworden ist. Also nicht vernachlässigbar, aber schon recht gering. Und bei dem anderen Prototyp von dieser Art, die in Deutschland gelaufen ist, ist der THTR. Der lief nur sehr kurz und deswegen ist dort der Abbrand niedriger und die Proliferationsgefahr auch höher. Der AVR-Reaktorbehälter, der hat ein eigenes Zwischenlager bekommen, weil er halt so stark kontaminiert ist und auch noch Brennstoff, 197 Brennelemente da drin, nicht mit vertretbarem Aufwand geborgen werden konnten. Genau, was passiert gerade mit dem Müll? Im Moment lagern diese Brennelemente Kugeln in den Kastoren im Zwischenlager vor Ort. Aber das Zwischenlager in Jülich hat halt seit 2013 keine Genehmigung mehr. Die ist ausgelaufen, nicht verlängert worden. Und es muss eigentlich geräumt werden, so. Die Sache wird aber trotzdem geduldet, weil die Optionen zur Räumung sind halt alle irgendwie so unklar. Also es gibt halt einmal die Optionen, den Entfohlen nach Aarhus zu transportieren. Da gibt es in den letzten Jahren eine Diskussion, dass halt dann aber auch sehr gesicherte Fahrzeuge benutzt werden müssen, die halt so auf jeden Fall aus Terrorschutz, aus Terrorschutzanforderungen entsprechen. Und diese Fahrzeuge sind sehr schwierig zu besorgen und zu bauen und zu benehmigen. Das zieht sich irgendwie auch hin. In genauere Details weiß ich halt nicht. Ich habe gehört, dass die auch so schwer dann sein müssen, wenn sie genau sicher sind, dass sie vielleicht gar nicht mehr fahren können. Die zweite Möglichkeit ist Export in die USA. Was diskutiert wird, obwohl eigentlich für kommerzielle Reaktoren Atommüll in Deutschland nicht exportiert werden darf. Da wird dann gerne argumentiert mit der Rücknahme von hoch angereicherten Uran aus Proliferationsabwehr. Und die andere Alternative ist eben vor Ort, ein genügend gesichertes Zwischenlager in Jülich zu bauen und Transporte zu minimieren und dann eben zu schauen, wie kann dieser Atommüll für den Endlager fit gemacht werden. Und diese drei Optionen müssen gerade von den Entsorgungsbetrieben verfolgt werden. Gerade im letzten Jahr hat man da relativ wenig zum Fortschritt gehört. Es gab halt die Ansage, dass auf dem Gelände vom Forschungszentrum ein Zwischenlager nicht neu gebaut werden kann, obwohl das eigentlich schon reserviert war, ein Platz. Und jetzt wird offenbar außerhalb von den Forschungszentren besucht. Aber klar ist irgendwie, dass die Verursacher, also was halt davon über ist, müssen auf jeden Fall Verantwortung übernehmen für diesen sehr problematischen Atommüll und dürfen den nicht wegschieben. Genau, dann komme ich schon zum dritten Schlaglicht des Joint Research Center, früher Institut für Transurane, im Forschungszentrum Karlsruhe. Das Joint Research Center oder Institut für Transurane ist halt jetzt betrieben von der Europäischen Kommission als gemeinsame Forschungsstelle und befindet sich aber im Campus Nord bei Karlsruhe, dem Karlsruhe Institut für Technologie, KIT. Die Ziele von diesem Joint Research Center sind als Auszug unter anderem bei Kulturwissenschaften, Wissensmanagement und Training, die Unterstützung der Entwicklung von EU-Regeln zur Nuklearen Sicherheit und aber auch ein Beitrag zur langfristigen Dekarbonisierung der Energieversorgung. Also das heißt, dass an Atomtechnik, an zukünftiger Atomtechnik dann geforscht werden soll. Genau, Kritik an diesem Joint Research Center ist vor allem halt, dass dort neue Reaktorkonzepte mitentwickelt werden, im Detail noch später. Man weiß, dass halt dort Brennstäbe gebaut und getestet werden, mit dem Ziel halt, den Anteil von Transurane in diesen Brennstäben zu beringern. So, genau. Und dann ein zweiter Kritikpunkt, vielleicht Hauptkritikpunkt, ist die sehr hohen Genehmigungswerte zum Umgang mit Spaltstoffen. Also die Genehmigung ist ausgestellt für 180 Kilogramm Protonium. Nochmal im Hinterkopf, also 6 Kilo reichen für eine Bombe. 50 Kilo Uran-235, also wirklich pures Uran-235. 200 Kilo Purium, 750 Kilo natürliches Uran und dann noch eben alle möglichen weiteren Stoffe und Transurane in kleineren Mengen. Also die haben dort Genehmigungen für massiv viele nutriare Spaltstoffe. Und fragt sich ein bisschen, wofür so. Genau. Und die Genehmigung ist halt, also der Neubau dann erweitert oder nicht nochmal aufgelegt worden. Und es gab dann eben auch einen Streit um diese hohen Genehmigungswerte im 2011, 2012 zwischen lokalen Umweltverbänden und auch der Aufsichtsbehörde. Das ist halt in dem Fall das Umweltministerium in Baden-Württemberg, obwohl halt das Joint Research Center dann eine europäische Einrichtung ist, die da nicht, also das Gebiet ist quasi förmlich gar nicht ein deutsches Gebiet, sondern das ist so international. Trotzdem die Aufsichtsbehörde ist Umweltministerium in Baden-Württemberg. Und ja, in diesem Streit gab es halt ein Mediationsverfahren am Ende durch Michael Seiler vom Öko-Institut. Und das ist halt die Figur auch. Und rausgekommen ist halt bei diesem Mediationsverfahren, dass der Antragsteller sich verpflichtet, die Genehmigungswerte, die halt frei behalten werden, eben auch nur beschränkt auszunutzen. Also das Betonium heißt, dass nur 80 Kilo Betonium werden ausgenutzt in der Genehmigung und davon 30 für staatliche Verwahrung. So, und dann gibt es weiterhin halt die Zusage, weil das war ja die zweite Kritikpunkt, nur Forschungsarbeiten durchzuführen, die sich ausschließlich auf Sicherungs- und sicherheitsrelevante Fragestellungen im Hinblick auf den Einsatz von Kernbrennstoffen im zukünftigen Reaktorsystem und den dazugehörigen Brennstoffkreisläufen, aber nicht auf die Entwicklungsarbeiten beziehen. So, und da kann man halt auch festhalten, ja gut, hier soll halt eben Wissen zur Kontrolle zukünftiger Reaktoren erworben werden. Vielleicht, vielleicht um auch einschätzen zu können, was es jetzt halt so gibt auf der Welt. Aber es wird eben auch durch diese Tests dazu beigetragen, dass die Brennelemente weiterentwickelt werden. Und es ist halt mindestens eine Grauzone, ob das nicht wirklich getrennt werden kann von Reaktorentwicklung. Genau. Also jetzt komme ich schon zum Fazit, dann haben sie es alle geschafft. Forschungseinrichtungen in Deutschland produzieren Atommüll oder beziehungsweise gehen mit Stoffen um, die für Atomwaffen missbraucht werden könnten. Daraus ergibt sich eine starke Verantwortung, dann da mit umzugehen mit diesen Stoffen. Und leider wird halt doch, dass Forschung ist so wertvoll und gut, benutzt, um davon abzulenken. Beim Beispiel FM2 ist es halt so, weil ein Endlager lange auf sich warten lassen wird, muss halt erstens ein genügend gesichertes Zwischenlager her. Und schon vor der Zwischenlagerung, weil sie eben für viele Jahrzehnte dauert, muss zur Proliferationsvorsorge der hoch angereicherte Atommüll entschärft werden, also sprich Uran verdient. Beim AVR haben wir gesehen, dass eben auch nach Ende oder beziehungsweise Scheitern von einem Atomprojekt problematischer Atommüll überbleibt, für den die Verantwortung auch nicht weggeschüttet werden darf. Und beim Joint Research Center einmal ist halt fraglich dort, ob wirklich so viele waffenfähige Stoffe dort benötigt werden für den Zweck. Und der Zweck, Training für die Atomindustrie und Sicherheitsforschung, erforschende Reaktoren, ist halt mindestens in einer Grauzone. Ja, da wäre halt so ein bisschen mehr kritische Öffentlichkeit bestimmt nicht schädlich. So, ich bin am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt haben wir, glaube ich, noch genug Zeit, um Fragen und Diskussionen zu starten. ... ... ... ... Vielen Dank.